Die Winterruhepause geht zu Ende und der Katharinenhof in Bad Godesberg bereitet sich wieder auf die alljährliche Skulpturenausstellung vor. Mit Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die draußen den Sommer über bis in den Herbst, späten Herbst hinein stehen bleiben können. Das ist auch einer der Gründe, warum viele internationale, aber auch regionale Künstler sich gerne an diesem Projekt beteiligen. Und auch, weil die romantische Lage mitten im Wald viele Besucher anzieht. Und, was nicht unerwähnt bleiben sollte, es wird auch immer wieder gut verkauft. Sie können jetzt nur erstmal so ein bisschen schon reinspingsen. Ja genau, denn das erste Kunstwerk ist schon da und das hat es auch in sich. Eine riesige Installation aus geflochtenen Metalldrähten, die, wie es scheint, von einer silbern leuchtenden Gestalt bewacht wird. Das kreisförmige Objekt lässt einen Innenbereich erkennen, in dem sich braune Gestalten, leicht nach vorne gebeugt wie zur Verteidigung, mit dem Kopf an die Begrenzung lehnen. Während von außen die Ebenbilder in der gleichen Position den Eindruck einer Attacke auf die Privatsphäre im Innenbereich machen. So wird das Mit- und Gegeneinander der Gesellschaft symbolisiert, sagte der Künstler. Zäune und Mauern dienen zum Schutz, andere wollen dort hinein und so geht der Kampf immer im Kreis, aus dem man nur ausbrechen kann, wenn man auf sein Gewissen hört und dann, befreit von Gier und Habsucht, seinen Seelenfrieden findet, meint der Künstler. Tja, und dessen Herkunft ist auch nicht alltäglich. Er kommt nämlich aus der Mongolei. Neben vielen Ausstellungen dort war aus Schierbold unter anderem auch in Korea, Russland, USA und ab dem 1. Mai ist seine imposante Installation auch hier im Katharinenhof zu bewundern. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich.